malzeit herzlich willkommen beim red review videomagazin und einer weiteren folge der theme park news ich habe es ja gestern schon in news gesagt es geht schlag auf schlag und immer mehr neuheiten werden auf einmal bekannt gegeben jetzt aktuell und der nächste park hat die neuheit für 2018 bekannt gegeben und es ist wieder eine achterbahn und ist es wieder ein multi lounge coaster also langsam haben wir auch genug multi lounge coaster auf einmal neu ja der britische freizeitpark blackpool pleasure beach bekommt 2018 einen mackrides multi lounge coaster also ein mackrides mega coaster als multi lounge coaster mit zwei abschüssen einer inversion in form einer inline twist ein top hat wo ich nicht sicher bin ob man das jetzt als inversion zählen kann oder nicht der das straight da rein dreht als ich das layout das erst mal so von oben gesehen habe in dem video was es vom blackpool gibt habe ich ja im allerersten moment an spinning coaster gedacht und dann so es ist ein mega coaster und es sind halt sehr viele ja augenständlich cool geschwungene kurven in dieser bahn drin aber auch sehr 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 viele s curves die ich bei taron sehr geil fand die ich bei helix aber sehr enttäuschend fand und helix ist auch vom mark seien wir mal gespannt das ganze läuft unter dem projekt namen kannst du achten momentan die bahn wird auch insgesamt fünf andere rights im park kreuzen das gibt es auch nicht überall hat zwei tunnel und laut des parks hat man beschleunigungen wie im formel 1 wagen was ich persönlich mir bei einem mack lounge coaster nicht vorstellen kann aber es kann natürlich auch noch sich ändern das ist auf jeden fall echt krass wie viel bahn jetzt momentan von mackrides irgendwie rausgehauen werden wie viel multi lounge coaster allgemein momentan irgendwie aus dem boden sprießen wie die pilze die bahn jetzt sieht nicht so krass spektakulär aus aber warten wir natürlich mal ab die muss man natürlich erst mal fahren aber irgendwie habe ich echt das gefühl momentan marienplatten sind im sonderangebot irgendeine magedit firma hat konkurs angemeldet verramscht die dinge und jetzt bauen alle lounge coaster haben so viel material baue über multi lounge coaster keine ahnung schreibt auf jeden fall eure meinung dazu in die kommentare es würde mich mal interessieren ich habe euch auf jeden fall jetzt ganz schnell noch auf dem laufenden gehalten und das war's von mir zu construction 2018 im blackpool pleasure beach abonniert diesen kanal um nichts mehr zu verpassen ihr seid die coolsten spieler aus eurem bro is right für videomagazin bis zum nächsten Mal